Liebe Zuschauer, die Dieselhysterie geht in die nächste Runde. In Hamburg wurden zwei Straßenabschnitte gesperrt. In Stuttgart drohen bald ebenfalls Fahrverbote. Und die Kanzlerin sagte heute bei ihrer Befragung im Bundestag, wir werden versuchen, die Fahrbeschränkungen für Dieselbesitzer so klein wie möglich zu halten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Fahrverbote künftig zum Alltag in Deutschland gehören werden. Wir von der AfD machen da nicht mehr mit. Schon lange waren wir davor, dass zum einen die individuelle Mobilität der Bürger beschnitten wird und zum anderen wird die Abschaffung des Diesels viele Arbeitsplätze kosten. Heute hat mein Heimatkreisverband, die AfD Stuttgart, eine tolle Aktion auf die Beine gestellt. Von heute früh um 6 Uhr an standen sie am Stuttgarter Neckartor einer vielbefahrenen Kreuzung. Dort steht eine umstrittene Messstation, auf deren Werten mögliche Fahrverbote beruhen. Mitten im Stuttgarter Berufsverkehr haben wir mit großen Plakaten darauf aufmerksam gemacht. Unsere Mitglieder haben einen Dieselflyer verteilt und viele positive Rückmeldungen der Pendler und Bürger erhalten. Die Verurteilung des Diesels sowie Fahrverbote haben wir der Bundesregierung zu verdanken. Die Bundesregierung hat nichts gegen die absurd niedrigen Grenzwerte der Europäischen Union getan, die nachweislich keinen Schaden ausüben und auf Druck von dubiosen Umweltverbänden vollkommen willkürlich beschlossen wurden. Unter dem Vorwand, die Gesundheit der Bürger zu schützen, wird stattdessen eines der effizientesten Systeme der Fahrzeugtechnik kaputt gemacht. Mit dieser Methode wird die deutsche Automobilindustrie zugrunde gerichtet, während in anderen europäischen Ländern die Regierungen ihre Industrie schützen. Neueste Studien zeigen, dass die hochgelobte Produktion von Elektroautos diese Lücke nicht auffangen wird. Rund 100.000 Jobs würden dann bei Herstellern und Zulieferern wegfallen. Stellen Sie sich bitte vor, 100.000 Familien würden ihre Existenz verlieren. Es ist daher vollkommen verantwortungslos, dass die Bundesregierung und CSU-Verkehrsminister Scheuer an dem Problem nur herumflicken, es aber nicht lösen wollen. Wir von der AfD möchten den Menschen da draußen sagen, was los ist. Machen Sie mit und erzählen Sie Ihren Nachbarn und Freunden von dem Diesel-Irrsinn und den abstrusen Grenzwerten. Wir dürfen uns nicht von Ideologen sagen lassen, was zu tun ist. Wir müssen stattdessen unsere Wirtschaftskraft erhalten und auch verteidigen. Das steht nicht im Widerspruch zu sauberer Luft. Wir werden die Fakten aufbereiten und Ihnen zur Verfügung stellen. Bilden Sie sich dann Ihre eigene Meinung. Wir sind an Ihrer Seite, wenn Sie eine ideologiefreie Verkehrspolitik wollen. Vielen Dank.